Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Leute mitbekommen draußen, dass hier im Wendland wieder Widerstand ist, dass die Landwirte auch hier etwas tun für die Gesundheit, für das Volk ist, dass wir hier etwas gegen Waffenfall tun. Mal gucken, wie sich das hier alles erregnet. Also wir sind bestens ausgerüstet. Und Frieden tut ihr auch nicht? Nein. Wir sind jetzt schon ein bisschen erfahrener in solchen Sachen. Wir wissen schon, wie es geht. Wir werden jetzt ansetzen und die angegeltenden Personen befreien. Wollen wir mal einen Tänke verschicken?